Und das ist Dubstep und die Quest nicht vorher angenommen haben Sooo, no Was denn? Ich dachte grad schon, in der Sammelschaften würde da fett alles ein Oh, da vorne ist eine fette Loot-Truhe Schrotflinte und... Hier ist eine Pistole mit 74, falls jemand die will Oh, reflektivige Schilder Warte Warte Und da hätte ich das Lust, ja, warte Baby Nee, was? Ich hätte ja, kann der ja meine geben oder so Meine alte Hier ist gleich stark nur ohne Stockschuss Kann schon mal die haben, wenn du willst Oh, 604er, Granatenmatt, will denn jemand? Äh, nee, ich nehme lieber einen, der wo ein bisschen mehr, ähm... einen Bonuseffekt hat Die wird nehmen Meiner als 256, ich nehme den da Der ist schon weg, immer mehr in den Tag Ja Aber warte mal eben, vielleicht habe ich einen Habe ich 400 Spawn 6, oh Oh, okay, das ist nicht schlecht Aber bei Explosionsradio ist geringer und Zündungszeit Ah, den kann man eventuell mal nehmen Vielleicht Warte mal eben Okay Okay Was macht Hm, willst du denn mit dem Korrisionsschaden haben? Wie macht denn dein Granatenmod gerade? Meiner macht gerade, äh, 465 Ah, okay, gut Ja Aber Standard Exposionsradio ist ganz nice, weil die halt Klebebomben sind Passt, dann habe ich keinen Keinen besseren So Äh, man kann hier einen Fernseher benutzen und zwei Hebel ziehen Hängen die irgendwie zusammen? Nee Aber hier ist ein Hebel Ja, die habe ich alle Alle schon benutzt, aber Lassen sie mal zusammen benutzen Vielleicht Wenigens geht immer hervor an das Rohr Hinter dir Okay, also Seid ihr alle ready? Ja Drei Zwei Eins Und go Cool Hätten man ja mal Guck mal da drüber Über dem Ding Ah, okay Rot und Grün Aha Ach, das ist ein Rätsel Ich hasse Rätsel Oh, oh, oh Zwei noch, zwei noch Jungs, noch irgendwie durch Zufall Durch Zufall Durch Zufall Durch Zufall Ah, verdammt Wo ist überhaupt das fünfte? Vielleicht der Fernseher Ja, der Fernseher ist auch was Ja, ich weiß Ich weiß nicht, ich drück einfach hier den Hebel die ganze Zeit Ich weiß nicht, ich drück einfach hier den Hebel die ganze Zeit Vielleicht hätten wir das eh auch machen müssen, bevor wir die Kiste öffnen Ne, glaub ich nicht So, noch einmal Phoenix, drehen mal Jetzt hast du es kaputt gemacht, du blöde Kuh Oh, noch einmal Oh, drück mal den Fernseher, drück mal den Fernseher Yes Jawohl Jawohl Okay, was bringt uns das jetzt? Du Gegner Ich muss halten Au Jawohl Du schmarrig Pfanne Ich kann mich noch immer Ich hab was für dich So, dann steh ich hier wieder Nice, danke Ja Ich konnte nicht mal weglaufen, hatte schon kein Schild ne ein doch noch 50 Api oder so da ich bin gerade bei mir mit Deckung gehen wegen Können wir mich retten bei Euro mein Dank ist dir gewiss mein Dank ist dir gewiss also die Reden Nades machen so fetten Schaden ich hätte gerne die blaue Nade ja nehmen sie eine Holze dir doch unüberraschend richtig gut ja nice ok das Rätsel hat es quasi gebracht dass wir noch mal etwas weit hatten oder nicht im Prinzip Danke Borderlands Läuft bei denen so dann geh mal die Treppe hoch da ist auch Free Loot von Rätsel lösen lass doch einfach mal nen fänden Boss-Fight auspacken so dann verküsst er aus Rum T Aua uuuh 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 steht drortlles im Baik bei dir ich bin doch relativ bei tech stand oder doch Nein! Bei mir eigentlich schon! Voll in der Kanade! Ach so, die Kanade war aber anders. Ja, ich hab Abstand zu dem Tipp, Kalte! Sorry! Ja, hat's nicht wehgetan! Sieht da was Gutes! So, dann versuchen wir es mal! Läuft! Nate! Ich hab was für dich! Mein Gott, wo ist meine verkackte Shotgun? Wo ist meine Shotgun? Mann! Sie kennen! Ich hab den scheiß kleinen Zwerg in den Maronieur reingekaltet! Warte! Hab ich gehört! Drass! Ja, der kam ja gerade aus der Wand raus! Ha! Ach, wow, ist der abgeprallt! Okay, da ist der Staub! Herzschlobs, mich wieder hinten! Okay! Mein Geschützer! So, wo müssen wir lang? Boah! Das ist so viel Hektik hier! Mit noch einmal! Die Brücke in der Mitte! Felix, komm hoch! Nein, hinten bei der Treppe, oder? Na, da fang jetzt schon hoch! Alright! Warte! Shit! Ich brauch nen Retz! Ja, kriegen wir dich! Das war nicht so schwierig! Ah! 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 Ich hab keine Granaten mehr, verdammt! Ah, das sind Granaten! Aua! Wow! Phoenix! Aufschneid! Ich hab die Nate gar nicht gesehen, Alter! Ja! Oh! Jetzt schauen wir mal, dass wir einen aufheben! Ich helf dir! Oh! 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 Verdammt! Oh! Verdammt! Oh! Oh! Ich bin mit mir gestorben! Ich! Ah! Oh! Mein ganzes Geld gibt was für Scheiß! Wiederbedenung drauf! Boah! Sirene, du! Geh mal hier die Treppe hoch! Mein Gott! Nee, wir haben uns grad gegenseitig geblockt! Scheiß Blocker! Oh, hey! Dass wir das Rätsel lösen! Hm! Und alles klar, Fabi! Juuuup! Ah, dann! Mach republic! Ah! Ah! Okay, was passiert wenn ich da durch das Loch da flieg? Wo komm ich raus? Ach, ich sterb! Ja, hey! ich war nicht schnell genug so stufst er bin wieder gestorben nachdem wir schon noch irgendwo da unten angezeigt ist das schön hier liegt ein ganz interessantes Schild mit Absorptions Oh nice ich habe überlegt dass ich mal Sirene nicht mehr auf vieler spielen weil ich weiß nicht ich heil euch ja in dem Sinne nicht so viel wenn ihr auch sondern eher auf MFull Damage also hier ist auch ein ziemlich starkes Nova-Schild aber die Nova regt euch auf ja dann wechsle ich mal das Schild äh ja kann ich machen meinst du schon immer ganz praktisch in den Fights halt nicht aber während und Fights so wo es sei muss ich hier durch die Überdrübe... ja ich muss hier drübe Okay soo 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 und ich traue Borderlands alles tun cool gut nice, braucht jemand hier? äh quasi hier auf der Treppe jup wow Suicide oh ich habe schon wieder keine Granaten mehr, ich hasse jetzt keine Granaten mehr zu haben woher lagen ganz viele noch rum irgendwo vorne steht noch einer gut viel nice wir sind auch gerade ein Level abgegangen ja zumindest eine ach die schon wieder, die will ich nicht ah wunderbar ja jetzt hier drüben hast du 2 grad ab meine Schüsse durchschlagen jetzt die Gegner alles klar ja so ich gebe auch mal geschwind ähm Leveln so was bringen wir in die nächsten m oh bad is ticking kann sein m ok hm das ist auch nicht schlecht ok ok was ist das ok was ist das was ist das was ist das das wäre natürlich sehr interessant oh leute wenn dir das nächste Mal jemand äh so ein Marauder Set mit so einem Zwerg vorne drauf dann schießt mal gezielt auf die Kette die den Zweig hält das gibt einen Erfolg für beides Tokens ok ja ich grad so oh nur mit Granaten nice oh nur mit Granaten oh schön Shotgun Money und SMG Money oh ne Pistel 66 äh 67 Schaden und Fl- äh Flamme Knallfrosch unterwegs oh nur 6 Schuss zwischen Revolver ah ich liebe es Granaten zu werfen du hast schon wieder gepullt oh läuft nice hey oh nein ich weiß inte du nein Atme du du zu du 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 wir kommen der Sache schon näher, ich muss gleich noch eine Karte gucken ja, wir müssen noch ein bisschen weiter durchkämpfen Hehehe, Hask-Master Oh, next to the other Starbogel Bally come through Ich hab den Master kill Echt? Wuhuuuh! Woah! Ich wollte den Farbkippen, ich hätte eine Schade gekäbt Nein! Oh nein! Hask-Kot, du bist mit Kitten, du musst facken, Alter Ich bezahle aber nicht Kippen Hehehe, Nein Nein Prozent 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 jetzt hat die Prozent 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 im Gehmonie wo kann man nicht sein ist Spielpunkte Resetten in der Hauptstadt, oder? Ja, ich glaub. Ah, stimmt, genau, das hat uns der Claptip damals gezeigt. Ja, genau. Oh, ich glaub, relativ teuer. Kontakt. Nice. Reload. Kann man da aufmachen? Ah, ne, da kommt man schon mal nicht aufmachen. Ja, leider. Da war aber so ne richtig coole, geile Waffenkiste. Braucht jemand Nades? Ja. Ich glaub schon, dass man das irgendwie aufmachen kann, wenn schon ne Waffenkiste. Boah, das hier muss man aufmachen können. Vielleicht gibt's irgendwie da n Rätsel irgendwie, wo ein Boss halt kommt oder so. Ah, hier geht ne Leiter zumindest nach oben. Lecker nach oben und was. Ja, weil da reinzukommen wär schon geil. Irgendwie schon. Weil die Waffenkistens sind immer richtig fett. Oh, ja. Ja, hier ist für mich mal ne große Küchte. Nice. Ja gut, ein Raketenwerfer. Na ja. Damit jag ich mich nur selber in die Luft. Das will ich jetzt eher nicht. Hehehe. Warum muss er da irgendwie reinkommen können? Ja. Irgendwie schon. Na ja. Oder gibt's hier irgendwo nen Hebel oder sowas da dafür. Bin am Such. Wie wär's denn? Hier ist Snipermonie ohne Ende. Oh. Oh. Das war ganz praktisch, ey. Äh, hol du erstmal Phoenix. So, hier darfst uns weitergehen. Ah, Verstohlenmonie nice. Ah, das ist schade, dass wir die Waffenkistens schon wieder liegen lassen müssen. Ja, das ist echt schade. Die sind echt mega gut meistens. Ja, meistens. Gut passiert, man. Meistens. Meistens. Das wär wahrscheinlich besser gewesen, wenn ich den vorne gehofft hab. Jaaa. Jaaa. Warte, bla. Boah, ich bin da kein Schild mehr. Irgendwas. An dem zieht immer mega Schilde. Ich glaub, ich spezialisier mich jetzt auf die SMG. Ich glaub, eh ist Sinn für ne Sirene. Hast du SMG-Spezifikation? Ja. Okay, ich nämlich eigentlich auch, aber... Ich kann mich auf SMGs und auf... Dingens. Auf Stummgewehre spezialisieren. Ich kann mich auf alle spezialisieren. Ich muss mal nachgucken. Und deswegen spiel ich mir noch Snipe und noch Pistole. So, Freunde, ob wir diesen äh... Kern verlieren können. Ja, das hoffentlich sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich wünsch euch was. Haut rein, bis nachher. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.